Freunde, ich hab Angst, es ist zappendürster und der Shay will mir eine Überzeugung, wo bin ich? Hä, lol? Hm, hab Shay mal schnell fertig gemacht. Äh, alles klar. Schnell diesen Drecksmodus, dann. Wie viel Geld krieg ich denn aktuell? 2,8,6,0, okay. Wow, 2, Schlitzer. Jetzt ist der schon wieder am rumschlitzen, das will ich gar nicht. Ich will nicht, dass der mir rumschlitzen tut. Spawn schneller, ich muss die Meinde drüber ziehen. Okay, Freunde. Mach das Licht aus. Oh, ich bin vorbeigerannt. Kannst du mal die scheiß Taschenlampe auslassen, verflucht? Ja, das sehe ich. Was ist mit dir eigentlich nicht richtig? Guck doch einfach auf die Minimap, du, Schinken. Bei mir ist keine Minimap. Alter, du bist so ein Held. Hör auf mich! Nee, lauf vor, weißt du? Ich lauf ja vor. Ich habe keine Chance, den Penner zu rushen, weil dieser blöde kleine Drecksack die ganze Zeit leuchten muss. Ist ja gut, wenn da kommen wir jetzt von irgendeiner Kämperecke raus. Geh euch doch, Mann. Ah nein, geh weg, ich geh nicht. Wo bist du? Ich sag gut. Müsst ihr mich rushen, Alter, das gibt's doch nicht. Verfiss mich doch mal, dann wird die Runde nie beendet, wenn es so weitergehen hat. Ich nicht sehe, Alter. Was geht denn hier ab? Wer gegen wen? Also ob? Peter, du bist wieder Schlitter. Ja! Was war denn das für eine Scheiße, Alter? Also ich fand's herrlich. Siehst du, kaum lauf ich vor, dann gewinnen wir mal. Na, dann wollen wir doch mal. Oh Mann. Ey, Shay, schon wieder ne kaum lauf ich vor, gewinnen wir. So ein eingebildeter Hengst. Shay, wir rushen weder jetzt noch. Okay. Und mach die scheiß Taschenlampe aus. Nein, bei dir nicht. Ich leuchte dich an. In deinem Suchscheinwerfer. Suchscheinwerfer. Wo bist du? Ja. Abends, komm mit. Alter. Sag geradeaus, dann links oder rechts. Link. Es gibt nur eine Richtung. Ja, wie gesagt, geradeaus. Warte mal ganz kurz. Ich wette, ich renne jetzt einfach an Peter vorbei. Alter, Shay. Du hast uns verraten, du Idiot. Du bist so ein Lappen. Ähm, man muss denken. Wir sind Profis, genau. Ja, so haben wir dich ja geholt, also. Hä? Pass auf, wir laufen so lang, wenn der Taschenlampe besser kommt. Dann leuchten wir ihn an. Dann Taschenlampe aus. Der eine versucht ihn zu waschen. Und der andere klickt nach oben. Super Idee. Jetzt haben wir uns wieder getrennt. Ich habe eine Taschenlampe gesehen, was du bist. Nö. Super, wo bist denn du? Äh, einen Moment. Ich komme jetzt zu dir. Alter, du bist so ein Arsch. Du bist so eine Erze gewesen. Vor allem, ich hätte dich für Crazy-Gamer gehalten. Ich wäre einfach weitergerannt. Weißt du, ich leuchte die Tür zu. Ich leuchte die Tür zu. Ich leuchte die Tür zu. Ich leuchte die Tür geht wieder zu. Und ich denke mir so, hä, Peter? Und dann kriege ich von hinten eine drüber. Bei euch hackt's ja wohl. Äh, Peter, wir müssten jetzt, äh, die Runde noch gewinnen. Dann ist das Spiel vorbei. Und ich habe gewonnen. Ja, ja, also ich wasch euch jetzt mal. In den Arsch. Das will ich sehen. Wirst du. Ich spiele jetzt mal wie so ein... Ich kann meinen Kopf nicht so weit drehen. Ich bin so kaputt in meinem Kopf. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, ho, 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 ho. Das ist ja doch eigentlich so schade. Oh, mensch. Ha, gut. Gut, ich glaube, es geht wieder. Meine Fresse. Wie viel habe ich ihn gekriegt? Oh, ja. Fat hat sich doch gelohnt. Ich habe das meiste gekriegt. Ihr seid noobs. Ich habe gar nicht so ein- Ich habe das meiste bekommen. Scheiße. Egal. Du hast mehr RP- Complete bekommen. Ey, du warst... So. Es ist ein Sieg hinter mir und driedst zwei Siege. 5, 6, 7 Ich will jetzt, äh Wollt ihr noch Schlitzer oder freier Modus? Freier Modus Ich will Schlitzer, aber nur eine ganz kleine Runde Ich will das mit dem grünen Haus hier Ihr kennt ja die Map, oder? Schlitzer 5 Okay Ich wollt auch abstimmen! Lasst mich nicht immer außen vor! Aber Peter, geht's jetzt eigentlich wieder, oder? Weil das war eben schon ziemlich krass wieder Ja, es geht wieder Alter, dieser Moment, wenn man über seinen eigenen Lach... ...über seinen eigenen Flachwink, so der Lachmus Das ist einfach nur noch peinlich Mit wieviel Runden gewinnen? 4, 5, 2 2 2, wirklich? Ja, da kann man mich nicht auch mal an den anderen Karten, oder was? Das war gerade wirklich wieder kaputt von dir Ah, ne Ich weiß nicht, ich bin gerade, ich bin gerade Ihr nehmt so lange auf mit mir Ich hab euch gesagt, die nächste Runde ist die letzte Wenn ich Koks genommen hab, ist nach einer gewissen Zeit immer diese Dingensschwelle Du hast eigentlich schon eben gesagt, dass Die letzte Runde... Wie einfach keiner von euch sagt, wie du hast Koks genommen Wie ihr mir das eiskalt zutraut Äh, ich will nicht Schlitzer sein Ich will Schlitzer sein Du Schlitzer, ne Können wir zwei Schlitzer sein? Ja, nein, geht nicht, oder? Ich weiß nicht, ne Geht nicht, schade Sonst hätten wir zwei die Splatten Äh Ich bin wieder beigetreten Geht gar nicht Soll ich jetzt Ich bin mir beigetreten Oh, ne, die Map Oh, das... Oh, Erinnerung halt Okay, ich weiß, was wir machen Shay, ich hab die beste Taktik für diese Map Okay, welche? Und zwar Folge mir Wo bist du? Hier Pass auf Ja Die Taktik ist einfach folgende Attacke Fall nicht auf mich drauf, Alter Er darfst mal die Sprung abgefedern Er ist unter uns Nochmal, Attacke Reißer Ich liege hinter ihm Warte Warte Oh Nein Ich hab's einfach nicht gecheckt Dass ich hinter ihm liege Äh, was war das? Ihr macht mich nervös Shay, wir machen dieselbe Taktik normal Das ist eigentlich eine gute Taktik Jaja, ist eigentlich ganz gut Damit verliert man Du bist nur am falschen Ort gespawnt Sonst funktioniert die immer Oh, der falsche Ort nämlich Das war eigentlich auch eine Taktik, die eher Ja, eine Taktik Ach, komm Du Camp, Alter Wieso bist du denn hier raus? Der hat aber nicht gecheckt Dass ich hinter ihm gefreien bin, Alter Ja Na, ich muss erst mal überlegen Weil ihr die ganze Zeit Voll am reden seid, Mensch Tut mir leid, dass mein Spiel leiser ist als ich Ja, wir können ja auch die Klappe halten Und euch Ist ja gut Blöde Sack aufs Gesichter Okay, Shay Drei Zwei Eins Kame Katze Los Attacke Aua Ich rum wie auf mich drauf, Alter Alter Das war eine Scheiße Gute Taktik, muss ich sagen Ihr seid so, Helden Ey, soll ich euch mal was sagen? Ich hab gewonnen Ich höre nur noch 3, 2, 1 Und dann sehe ich, wie neben mir zwei Säcke runterknallen Die Map, wir hätten mal die Map, äh, die Map, die... Die Yacht nehmen sollen Also, warum? So schön Ist eigentlich eine gute Taktik Sich aufs Maul legen, vom Fein Ich war ja auch nicht chronisch gemeint Damit würde der niemals rechnen Ach, sei doch Ich weiß das genau Ich weiß das genau, weil ich mir 180 Level gecheatet hab Oh, Peter, Alter Ich bitte schon ruhig Schlitzen 3, meinst du eventuell? Ja Ich durfte mit abstürmen Ist das auch dunkel? Naja, es geht Es ist ne Yacht Die Yachten sind cool Musst ihr gleich sehen Also es ist nicht so extrem dunkel wie die andere Wie viele Runden? 3, 4? Mach mal 4 Ich mach euch immer so schnell platt Aha Oh, ihr treten noch bei Jetzt gibt's noch nicht Shale, du brauchst wieder Jahre Merkst du es noch einen Meter? Du bist beigetreten Ja klar bin ich beigetreten Sonst würde das Spiel nicht funktionieren Geht los Geht los, geht los Geht los mit Schokosoße Wow Die machst du gefallen Echt? Ja Jetzt will der wieder Schlitzer sein, ich glaub's nicht Ich schlitzer gern Alter, ich seh aus Gerade Wie montags frühes im Spiegel Ist einfach so Sogar die Haare stimmen Könnt ihr euch mal auch bereit machen Achso, ups Ist ja Ich muss dir noch mein zweites Ich bewundern Lasst mich Ich muss dir noch mein zweites Ich bewundern Lasst mich Wo geht's denn auf der lang? Shale stirbt in 3 2 1 Schade Nicht ertrinken, Shale Alter Hier ist viel Wasser Vor allem wie ich instant Steuerung drück Waaah, stellducken 2 auf 1 Streich, perfekt Wie Shale direkt klickt er wie so'n Blöder Einfach zuhauen Einfach zuhauen Ach, du stehst selber noch neben mir, Alter Jaja, Peter Wer wird die Horachios deines Lebens bekommen? Verrat unsere Position, nicht? Ja, ist ja okay Peter, behalte dich mal Was lachst du denn dauernd? Ich hab Angst Du bist der Schlitzer Peter, dreh dich mal Dreh dich mal in real life um Das ist ein Spinner Wie soll ich mich selber umdrehen? Da bräuchte ich ja noch ein zweites Ich, das mich umdreht Oh, hier ist ein Bett Hier hau ich mich erstmal hin Dusche Hier bin ich richtig Ja, deine fettigen Lunden bekommst du so nimmer Okay, dann weiß ich, wo er ist Also irgendwo da In der Nacht halt Da warst du uns auch Noch 55 Sekunden Dann haben wir Shotguns Ja Wenn er davor noch kommen sollte Hau nur einen weg Ja Ich weiß ja nicht mal, wo ihr seid Ich renne die ganze Zeit über alles und finde nichts Ja Ist ja das Schöne Anscheinend nicht über alles Warst du schon mal im Maschinenraum? Ja Okay Ah lol, ich bin gerade am verlieren Wieso sagt mir das keiner? Hä, was machst du? Ich wollte ums Schiff schwimmen Da ist ja sogar ein Kauter Ja, ich dachte Das ist für die Schrotflintenzeit, Mensch Und dann gucke ich da hin Und sehe noch eine zweite rote Zahn Ob plötzlich steht Fett auf dem Bildschirm Das, was ich die ganze Zeit nicht beachte Weil es mich stört Schön Warum bin ich Schlitzer? Weil ich verkackt hab Och man, hätten die Shea Schlitzer sein können, Alter Och man Ich weiß aber genau, wo ich hingehe Boden Geht dich gar nichts an Ey Perfekter Spawnout, wa? Nein, ich bin auch Nein Nein Gebietsüberschreitung Nein, nein, nein Okay, ich schaff das aber noch easy Gleiche Äh So Schade, wie sie sagt Wo bist du? Komm mal zurück Ja Nein Ja Ja Willst du mich verarschen? Oh Alter, steig doch neben mir Wieso ist der Niggerrand? Oh, was? Alter, ist das fies Ich treme dich Ich will nur den Schuss Und schleiche mich von hinten an Ha Alter, wieso bin ich nicht Es tut mir leid, es musste sein Ey, da kommt da so ein Ding hinter mir Ey Ich bin kein Ding, ich bin ein Stück Ein Stück hässliches Boah, nee, das war's, der spielt nie wieder mit Ich spiel jetzt, man Der spielt nie wieder mit Ja, der Typ sieht wirklich aus wie Peter Stratze ich jetzt mit meiner Taschenlampe in den Hinterkopf Soll ich still Das ist schon wieder, ja So Ah, nein Gebietsüberschreitung Wo bin ich? Ich bin auf einmal unten Hilfe Okay, ich hab glaube ich jung gewonnen, oder? Ah Ha 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 Ja Ach, nee Oh, einfacher geht's nicht, Alter Ich dachte, ich kann vielleicht über dem Geländer irgendwie weiterklettern Und auf einmal war's nass Alter 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 Ich hab dich schonmal gesagt, dass sowas nervt Ich hab dich schonmal gesagt, dass sowas nervt Ach, komm Ich hab dich schonmal gesagt, dass sowas nervt Ach, komm Ach, komm Ja jetzt macht der Shea auch noch mit, ganz ehrlich ja jetzt macht das hier auch nur mit ganz ehrlich das ist so blöd ihr seid einfach blöd ganz ehrlich nächste Runde ich gewinne die Beat Überschreitung also bin zu blöd für alles ja Selbsterkennung mein lieber das kommt davon links oder rechts links oder rechts egal hauptsache vollgas also im Zweifelfall immer ich suche erstmal diese richtigen Peter Verstecke ab als ob es Peter Verstecke gibt es gibt nur ok ich muss ja in deiner Nähe gewesen sein weil als ich die Taschenlampe angemacht habe hast du aufgehört zu reden du hast ne Taschenlampe angemacht was ist ne Taschenlampe dass die in den Arsch geschoben wurde setz dich drauf und dreh dich ha 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 ah die Wand die Wand die Lasti wo bist du denn ich will hier nur laufen jetzt mach ihn doch als ob wieviel Leben hast du denn ha 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 das war schön das ist mir ja lustig alter ich weiß immer nicht wo du herkommst man aus deinem Sumpfer ich war die ganze Zeit an deinem Arsch dran ich bin dir die halbe Web hinterher gerannt ich wollte nur nicht sprinten weil ich Angst hatte du hörst das ich hab mein Headset halb auf sonst hör ich mich selber nicht mehr und dann schreie ich noch hoffentlich läuft es nicht aus deswegen hör ich auch nicht so diesen Surround-Stound ich bin ein Schlitzle ich bin der Schnitzel Schlitzli na hast du wieder Nuggets gemacht du bist Team Schlitzel Team Schlitzel hä? Alter ich bin Alter ich bin zu dumm ich auch ich komm Alter du gibts nicht rein oh ich weiß wo ich mich verstecke da würde Peter niemals drauf kommen glaube ich würden das sag ich dir jetzt auch direkt so ja kommst du doch warte ich schreib das dir gleich ähm aber du sagst es auch wirklich nicht oder? ja also warte wie war das Z Team ah ah da komm ich gleich mal runter zu dir bist du ein Arschloch wieso schreibst du mir das auf? ich weiß ganz genau das von mir Peter du bist so ein Arschgesicht ich hasse dich auf ewig Match Gewinner nice ja toll dass du Match gewonnen hast kannst du richtig was anfangen mit kannst du den Garten streuen da wächst alles besser ah kann ich mir vor den Schuhen kratzen ja hallo jetzt juckt's nicht mit F kannst du die Kratzbürste einpacken ach Mensch aber ich hab Geld gekriegt Mann ich will die F-Geschichte eigentlich schon so gerne erzählen die darfst du erzählen wenn's soweit ist ja okay ich werde das mit dem Thema dann verbringen ich tue's auch simulieren nochmal wir sind freien Mutters gehen Alter wenn du das machst nochmal ne ich werde dich blockieren entfernen überall hoffentlich kommen wir jetzt nicht in eine öffentliche Sitzung das ist mir relativ schnuppe weil ich jetzt so oder so beende ach so ich wollte nur nochmal auf dem normalen Lobby sag ich mal normal ja 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 aber nochmal richtig spät ist eigentlich okay Zwiebelsaft was BIEBELSAFT ZWIEBELSAFT 207 Stunden insgesamt ich hab die 700 geknackt ich schreib nach ner Feier du Hacker als ob ich jetzt mit dir feiern würde also ich bin alleine OOOOOOOOH ich glaube ich bin auch alleine ich glaube ich bin nicht alleine pff erst mal schön hier durchgucken ist da etwa bei hier jemand im Haus schenkt wie das kostet einen Dollar das hat mir vorher keiner gesagt ich will mein Geld zurück als ob ich einen Dollar zahlen muss um hier durch diese Runzelrübe zu gucken natürlich ich glaube ich muss da einen Dollar zahlen Väter lass mich in Ruhe ich will hier wieder raus ne wenn ich Geld dafür zahlen muss will ich gar nicht mehr gucken jetzt ne ich setz mich jetzt in dieses einsame Auto setz mich hier rein ey crazy bist du einen Lappen und dann würde ich einfach mal sagen Freunde für heute sag mal kennt ihr mal die Klappe halten wenn ich versuch zu beenden Peter das hören wir uns nicht aus also Leute wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder tschüss tschüssi na gut machts gut tschüssi 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 tschüssi